wie mache ich zusammen ich kann nicht so damit hallo und herzlich willkommen jetzt zurück zu einer neuen folge in von einem apfel verprügelt wieder volksschule so stützt hier wenn ich sebastian ja wie mache ich denn jetzt den keller ja aber ich will das ende portal im keller ich will mir noch ein boot bauen haben mit hätten das muss ich jetzt noch machen na mit die die was man kann aus dem normalen Stein ach nee kann man nicht ich bin ja dumm du bist ruhig auf dem Billigplatz da Billigerplatz was soll das denn heißen so wir gehen jetzt auf Tintenfischjagd falsche Fischverstanden was war denn jetzt los das werden wir niemals jemanden erzählen hast du es dir wieder getan erzähl ich will auch lachen ja das könnt ihr dann in der Folge nachgucken ich hoffe einfach ihr habt es bis dato vergessen ähm wo willst du denn jetzt starten wir in die Reise möchtest du mal hochkommen Sebastian ja so Tintenfische ich guck dich nämlich gerade böse an oh Gott nein hehehehe kommst du wohl ich guck grad jaha jeder hat sich bewerf dich mit was boah was ist das denn hier da hättest du mal dick die Fackeln ins Gesicht geworfen ne das sind übrigens alle Fackeln die ich hab ich hab keine anderen ey ich hab Zuckerrohr gefunden hey nice mitnehmen und anbauen oh ja anbauen wichtig anbauen ähm so und ein Piratenschef hallo ach sei doch mal ruhig soll ich hier ne Treppe hinbauen soll ich hier ne Wendeltreppe hinbauen die einfach runter geht ganz weit welche von diesen Pflanzen ah ja guck mal hier hier jetzt schon mal ne Bauer hier einfach hier da hier wo ich stehe da brauch ruhig 5 Blöcke für also 1 2 3 mal 3 ja Platzprobleme haben wir hier keinen ja dann mach ich hier jetzt einfach mal 3 mal 3 hin ok ach shit ach wird's jetzt dunkel dann mach ich da meine Wendeltreppe rein ich muss jetzt hier ne Außenposten bauen oder was ja mal ganz hübsch hier eigentlich ne da drüben sind noch Pflänze die müssen wir nachher noch mitnehmen ja ähm hast du noch neuen Stone nachgelegt Sebastian nachgelegt das geht gut ja jetzt tun wir mal ein paar Steine nach ne leck mal ein paar Steine nach leck mal ein paar Steine nach mir wird kalt warum wird dir kalt machs Fenster zu wenn da keine Steine nachgelegt worden sind na ach äh Sebastian könntest du mir meine Fackel runter schluchsen bitte was die habe ich nämlich jetzt vergessen ach das für ein Geschenk nix mindestens eine brauche ich lieber 5 guck mal ich muss in so im Kreis lieber 5 please please thank you danke 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 eigentlich nicht brauchen aber auch nicht ich hab bitte das hier und das da äh wie tief soll ich das denn machen ja toll bin ich in hier gelandet ach fackeln haben wir auch sehr gut ja gut jetzt gehen wir erstmal hier ach quatsch äh jetzt ist die Frage bin ich schon an das Sea Level und woher weiß ich das oh cool sieben Stück da ist gut boah du könnten das du könntest dich jetzt unter das Wasser graben und da so ein Glas Ding bauen das wär cool ja aber ich weiß grad nicht in welche Richtung ich das machen muss sag mir mal in welche Richtung die Fackel die Fackel genau dahin dahin in die Richtung ja ok du musst aber glaube ich noch tiefer sicher ich probier's mal einfach ok ja mach mal du musst halt nachher wieder zu bauen naja ja du bist noch nicht tief genug ich bin jetzt nicht sicher ja dann ähm kannst du mir einen Gefallen tun und mir Stein runterschmeißen also gebrannten Stein wenn wer's fertig ist ich kann auch nachher einen neuen machen aber ja kann ich machen brauch den zum verkleiden was los ich hab ein bisschen Samtsprung gemacht also ich hab ne cd bekommen ordentlich erstieke ah ne gar nicht wenn du ein 64er Stacks Stein hast gebrannten das wär super wenn du mir den runter schmeißen könntest oh noch ne cd obwohl ja ich brauch auch noch tremmen glaub ich was sind das denn für blöde Piraten wenn die zwei mal die gleiche Muge wenn du gleich mal in der Nähe bist guck mal wie weit genug bin das ist irgendwie ein bisschen seltsam ich glaube so langsam ja geh mal geh mal bis da oder meinste ach so nach unten meinste ja äh ja könnt gehen versuch's mal okay und zwar immer noch in die Richtung von deiner Fackel ne äh ja willst du jetzt haben einen ganzen Stack normale Stein also gebrannte Steine ähm ja oder denn also ich hab hier gerade Eisen gefunden also schätze ich mal bin ich tief genug oder ähm weil ich damit den 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 weil ich finde die gebrannten Steine passen so gut und wenn ich da jetzt an der Seite was weg gehauen hab dann würde ich das ganz gerne mit gebrannten Steine auch wieder zumachen so ja da brauchst du ja kein Gassensteiner da ist er ja aber ich brauch nachher auch noch ähm okay ich bin nicht genug nicht tief genug ich brauch äh den auch noch für über über Treppen und äh und shit wie ist der? ja dann ups so da haben wir das jetzt hier mal erfolgreich erkunden hast du das runter geworfen? ja nice wow was los alter halli hallo ja sie sind auch auf ewig mit mir gefangen ähm ja gut dazu mal hier unten bist kannst du genau ja hier ist Kohle du brauchst eh ja und danach könntest du dich schon mal hochbauen mit der Wendel ja ja nicht das in der Mitte da war doch da war doch Kohle wo ist das Deck den du mir runter geschubst hast alter ey was ist das denn? ich hab ihn gesammelt ne habe ich aber nicht in der Dunkelheit hier scheiß Farbe zu suchen ja da kann ich nicht gerade der ist da oben dachte ey ich hab ihn ja passen okay magst du mir den mal kurz rüber schmeißen oder wenigstens ein bisschen was reich wieder rein danke reich achso ja ich brauch jetzt aber den hier mal ne Werkbank hinstellen warte ich hab welche ich hab welche ich hab äh 16 stück steppen ja da hast du glaub ich jetzt gleich angesammelt da gut jetzt hab ich 28 da trug wohl auch nicht weiße äh äh aber hier fang ich glaub ich an Richtung links zu graben also kannst du so dann mach ich hier so ein Tor und dann gehts hier so rein wie soll ich denn das machen so was wie warte wie so da jetzt ein flachen ja ja genau ja ja so was ich sehe das wär echt cool 1 2 3 4 na flache hab ich jetzt auch keine mehr ich glaub ja nix das mach dir doch Slaps ja mach ich auch ne ne wieso weißt du nix ja ich weiß nicht beim blumen sammeln ist das irgendwie blöd wenn man hier die ganze Zeit was labert ich mein ich hab nicht bezüglich ich werd die ganze Zeit von einem Enderman verfolgt aber sonst kannst du uns erzählen ob der Max ja erzähl mir was schönes ja ihr lebt die ganze Zeit ihr brabbelt doch die ganze Zeit selber aber jetzt hab ich da noch rein brabbeln in der Tiefeld nix ah aber ich hab nen was haben wir gefunden aber das ist perfekt die rote blume markiert das wo ich hin will so jetzt brauche ich ganz viel Erde hab ich was hast du henni ja Simon brabbelt immer rein ich kann nicht reden es tut mir leid ne es tut mir leid es tut mir leid es tut mir leid oh Gott sind die viele kacktviecher oh leu mir fällt der Name gar nicht ein von den Tieren wie heißen die denkig tagelartigen Dinger Findenfische ja oh leu what the fuck Sebastian wir haben hier ein klitzekleines Problem stimmt hä richtig nicht warum boah da sind so viele Viecher hä grrr da hab ich mir grad ein bisschen da so du bist rausgeschwungen arschen was denn hat der fuck Creeper nix besseres zu tun als die ganze Zeit hinter mir her zu schwimmen ach alter wie geht der denn hinter mir in die Luft hui ich weiß nicht irgendwie kriegt man von den kacktviechern nix mehr ja wie kriegt man dann sonst schwarze Farbe doch warte mal jetzt hab ich irgendwas bekommen und es sieht eklig aus hä was ist das denn warte ich muss mal kurz an Land paddeln und dann überprüfen ich hab's doch gewusst dass ich die kacktviech die scheiß arschkacke Wurst ey so was ist das hier das sagt man nicht raw calamari ernsthaft hehehe lecker ich hab jetzt ein inkseck aber man bekommt keine Farbe raus Stinksäck hehehe sorry ja das doch ja noch hehehe 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 ich bin dein so hab dich gefunden Schatz wenn es jetzt noch Tag wäre nur das wäre schon boah da geht die Sonne auf boah oh oh zum Glück oh schade dass ich nicht aufnehmen es sieht voll hübsch aus oh sehr gut dann an die Arbeit so wie hoch sollen das Klarkasten Ding werden 4 1 scheiß auf die Farben 3 so wie scheiß auf die Farben hier sind mir eindeutig zu viele Viecher die mich killen wollen das finde ich echt nicht okay ihr baut da in eurem komischen Spielzeughaus rum und ich muss hier durch die Wüste laufen du musst nicht du kannst ja auch mitbauen oh 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 ah das war knapp ähm hatten wir nicht irgendwo die Schwimmflossen bleib bloß weg du kleines Stück hey Sebastian hatten wir irgendwo die Schwimmflossen noch oh Gott sei Dank we hatten noch irgendwo mal Schwimmflossen oder ich meine wir hätten mal welche gefunden ja hatte der Hendrik sie nicht hat das ja schwimmflossen hatten wir die nicht gefunden irgendwo hendrik weißt du das noch ich kann mich an die nicht erinnern ich habe die noch nie gesehen vielleicht hattest du die gefunden als du da tausend mal gestorben ist es kann sein das heißt den schwimmflossen auf englisch lippers ich meine aber wir hätten mal welche gefunden ich weiß nur nicht mehr wo die sind ich weiß ich bin jemand die karten transblecke weg gemacht weil die sind weg zwei die haben wir eben wieder weggeschossen ich meine wandel jetzt fährt der boot weg ja auf schiff gedrückt aber wollte nach als jeweils das ding explodiert ist explodiert ist da die sich hier wieder durch manövrieren ich brauche zu fahren ich habe und hier haben wir am meisten leistung oberen Skiller Prozent so was habe ich jetzt für Farben mit ich habe zwei Sorten von Farben dreimal gelb und einmal hoch das ist okay und das mit dem inksektors hat leider nicht funktioniert davon kriegt man keine keine Farbe macht er nix macht er nix was denn mit rot kann ich immer nachgucken woraus das ist die blume ist relativ also die habe ich schon für diese wolle gebraucht deswegen ist sie in der nähe ich muss jetzt diese flippers finden ich weiß dass wir die irgendwo hatten ich glaube dass du die verloren hast ne habt ihr in irgendeiner kiste gesehen aber oh ich habe noch glas aber das brauche ich noch sorry hey ähm so was denn was wollte ich machen du brauchst du die flippers hast ja genau aber was wollte ich sonst machen ach ja ich wollte das glas ausbauen unter wasser boah den fliefer neben deinem turm töte ihn bitte ohne was kaputt zu machen dann bau spielte wieder auf hey mein toller eingang hey den eingang habe ich gar nicht den eingangs zu verbessern ok ja habe ich auf kamera ne ja das ist immer das blöde konzentriere mich auch immer viel mehr wenn wir zusammen zocken als wenn ich allein zock weil sonst ist es ja immer jahrelang vorgehalten wenn ich irgendwo sterbe ja weißt du doch da hat damals als Simon gestorben ist ja genau so welches mal meint sie mh genau ach so in der Art meinte ich ganz da fahr ich einmal um die Welt und dann sind hier Blumen die auch gelbe Farbe geben ach gut hehehe oder geben die gelbe Farbe kann man Blumen eigentlich auch anbauen ne 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 weiß ich nicht ne die geben keine Samen ne die geben nur da ist das ist irgendwie ein bisschen Bladen Die gehen wir dochfarbe aber ohne die Flippers wird das ganze hier echt ne Eikulation dann kann ich hier nur zwei Dinger bauen und dann ist schon vorbei weil das ist schon relativ tief und vor allen Dingen sehe ich NICHTS das ist ja falscher Eingang ach genau ich musst jetzt noch wo soll ich denn das ähm blblblblblblblbl an anbauen ja kannst du doch direkt hier oder du brauchst dafür sand ja dann klatsch ich das direkt neben den magierturm wer ist denn eigentlich unser haus magier ich bin ich da ja gut aus und ich habe jetzt schon 13 gelbe farbflecken und das cool ist gut und einmal grün würde so schön schneller gehen zu zweit aber nein höchstern leichtes mini ja weil ich gerade übel verrecke jetzt muss ich mal ein bisschen an der oberfläche bleiben bis ich ein paar herzen regeneriert habe weil sonst hat es gleich fliegt was machst du ja immer unter wasser tauchen in erdhaufen bauen darauf glas setzen und nachher die erde rauskloppen das soll ich sonst machen also anders können wir das haus ja nicht bauen oder kann aus spinnseide spinnfaden oder seide das spinnseide ja das geht schon immer komische kotten baumwolle ich glaube damit kannst kotten ist baumwolle oder nicht ja dann kannst du wahrscheinlich auch machen damit was ist denn für eine frucht warum ist hier so wenig glas drin hattest du schon glas drauf genommen hast du noch ein bisschen aber wir sind schon wieder voll über der zeit mein gott schon wieder ein gott du passt auch nicht auf ja mein gott weiter neunzehn Minuten schon wieder naa naa wer doch mal in Wecker ja mach ich aber jetzt glaube ich die Liedelin und mit der Auerung und habe Melonen gefunden nein nein Lecker schön gut dann werden wir an dieser Stelle mal wieder Prozent die eine folge diese folge genau dann schön kein Problem schäfte immer gern sorry dass wir mal die Zeit übersehen haben aber so schlimm ist ja noch nicht gut ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüssi Tschüssi